Ich habe erzählt, was Ableitungen im Mehrdimensionalen sein sollen. Das ging über den Gradienten. Der Gradient verallgemeinert die Idee der Ableitung für Funktionen mehrerer Veränderlicher. Und jetzt geht es darum, was denn heißen soll, Funktionen mehrerer Veränderlicher zu integrieren. Erstmal wieder zurück zu einer Veränderlichen und dann kann man versuchen, das zu übertragen. Was war eigentlich das Integral für eine Funktion einer Veränderlichen? Deswegen, es geht die ganze Zeit, das muss ich dazu sagen, es geht die ganze Zeit um bestimmte Integrale, nicht um unbestimmte. Unbestimmtes Integral heißt ja Stammfunktion bilden, das Ableiten rückgängig machen. Sowas kann man sich auch angucken. Wie kann ich den Gradienten rückgängig machen? Aber das ist nicht das, was typischerweise vorkommt. Das, was typischerweise vorkommt, ist, dass man Volumina oder schlimmere Sachen, Gesamtmassen berechnen will über Integration, bestimmte Integrale. Hier geht es jetzt die ganze Zeit um bestimmte Integrale. Das klassische bestimmte Integral, Funktion einer Veränderlichen, heißt, ich möchte die Fläche unter dem Graphen bestimmen. Na ja, unter dem Graphen, die Fläche zwischen dem Graphen und der x-Achse, soll ich sagen. Ich möchte die Fläche zwischen dem Graphen und der x-Achse bestimmen und zwar so, dass ich die Teile drüber positiv rechne und die Teile drunter negativ rechne. Das hatte ich vorgeführt. Muss man so machen, damit das Integral linear wird. Wenn ich will, dass das Integral vom a-fachen meiner Funktion, das c-fache vom Integral ist, auch für negative Zahlen c, komme ich nicht drum herum, so zu rechnen, dass ich also nicht wirklich die Fläche ausrechne, sondern dass ich die Fläche mit Vorzeichen ausrechne. Dasselbe Phänomen gibt es dann natürlich jetzt bei Funktionen mehrerer Veränderlicher. Wenn ich eine Funktion zweier Veränderlicher habe und was Analoges probiere, wird es dann keine Fläche mehr sein, sondern ein Volumen sein. Ich hoffe, das gelingt mir so halbwegs hier. Integriert wird jetzt nicht mehr über einen Bereich hier auf der x-Achse. Typischerweise war das ja ein Intervall, Integriere von a bis b. Integriert wird über eine Menge in der x-y-Ebene. Jetzt sollte ich mal etwas hübscher malen. So, das ist plötzlich mein Integrationsbereich. Eine Menge von Punkten in der x-y-Ebene, nicht nur ein Teil der reellen Achse. Über dieser Menge schwebt mein Funktionsgraf, hier wieder als fliegender Teppich vorgestellt. So sieht das aus. Das ist meine Funktion. Funktion ist eigentlich nichts anderes als ihr Graph. Und der Graph ist jetzt nun dieser fliegende Teppich. Vielleicht sollte ich jetzt mal klar machen, dass der irgendwie so ein Teppich ist. Und das Integral soll nichts anderes sein als das Volumen zwischen der x-y-Ebene. Ich spendiere den nochmal in Ursprung. Als das Volumen zwischen der x-y-Ebene und unserem fliegenden Teppich mit Vorzeichen. In diesem Fall immer mit positiven Vorzeichen. Ich zeichne lieber nicht ein, was passiert, wenn der fliegende Teppich durch die Ebene stößt. Dann andersrum mit negativen Vorzeichen, genau wie hier. Ist nur höllisch zu zeichnen, deshalb lasst es lieber so. Also das Volumen zwischen der x-y-Ebene und dieser Fläche, das soll das Integral sein. Meiner Funktion von zwei Veränderlichen über die Menge m. Hier oben war das ein Integral. Das ist gar nicht schlecht, das hinzuschreiben. Ein Integral von a bis b, f von x dx, von a bis b. Und nun dieses hier, also Fläche, mit zwei Veränderlichen wird es ein Volumen. Gibt es verschiedene Arten, das zu schreiben. Ich schreibe es mal so, mit Doppelintegral. integriere über die Fläche m meine Funktion von x, y dx, dy. So kann man das zum Beispiel schreiben. Die Mathematiker würden hier vorne eigentlich kein doppeltes Integral schreiben. Ich denke, die Ingenieure neigen eher dazu, da vorne ein doppeltes Integral zu schreiben, um klar zu machen, hier wird über zwei Variablen integriert. Das soll so ein komisches Gerät sein. Die Fläche zwischen x-y-Achse und der Funktionsfläche. Also das Integrationsgebiet ist Teil des R2. Diese Menge m hier. Das muss ich vielleicht mal vorne dicker malen. Diese Menge m ist eine Menge von Paaren, eine Menge von xy. xy, da ist vielleicht 2, 1, 7, 8, was auch immer drin. Wie eine Pfütze, das ist hier blau gemalt. Wie eine Pfütze in der xy-Ebene. Das ist das Gebiet, über das ich integriere. Also ob Sie hier eine Pfütze in der xy-Ebene haben. Und dann gucke ich mir von der Funktion, dem fliegenden Teppich, der kann sich ja noch sonst wo hin... Ah, nicht blau. Dieser fliegende Teppich kann sich ja noch sonst wo hin erstrecken. Von der Funktion gucke ich mir nur den Teil an, von diesem Gebirge gucke ich mir nur den Teil an, der direkt über der Pfütze liegt. Sodass die Pfütze hier quasi der Schatten ist. Es geht direkt gerade nach oben. Aber die Höhen sind jeweils verschieden. Das hier ist der Funktionswert an dieser Stelle. Diese Höhe ist der Funktionswert an dieser Stelle. Diese Höhe hier ist der Funktionswert an dieser Stelle. Und die werden im Allgemeinen alle verschieden hoch sein. Das sieht ja fast aus wie eine antike Säule. Vielleicht ist das die beste Vorstellung. Irgendeine antike Säule. Mitbringsel von der Akropolis. Ist gerade im Ausverkauf, habe ich mir sagen lassen. Nein. Aus gewissen Anlässen. Stellen Sie sich so einen Säulenstumpf vor. Ohne den Fuß. Einfach nur der Säulenstumpf. Hier unten, das wäre das Integrationsgebiet. Das wäre das Integrationsgebiet. Und was ich bestimme, ist das Volumen von diesem Stück Stein. Und hier habe ich einen Funktionswert. An dieser Stelle xy ist das Z. F von xy ist der zugehörige Funktionswert. An dieser Stelle, die Stelle ist ja xy in der Horizontalen hier gemessen. Dann ist diese Länge, diese Länge hier die Funktion von xy. Und mit dem Integral der Funktion meine ich das Volumen von diesem Stück Stein. Und es würde negativ zählen. Oder soll jeder Anteil, aber das male ich jetzt einfach nicht. Ich weigere mich das zu malen. Wenn diese Fläche hier irgendwo unter die xy-Ebene reicht, zählt der Anteil negativ. Aber das male ich lieber nicht live. Das ist doch eine große Herausforderung sonst. Und das ist die Idee von dem Integral einer Funktion 2 auf Veränderlicher. Bei einer Funktion 3 auf Veränderlicher. Jetzt echt haarig, weil ich einfach nicht den Platz habe, um mir das aufzumalen. Hier brauche ich zwei Veränderliche, die reingehen. Und den Funktionswert, der rauskommt. Dann habe ich alle drei Dimensionen aufgebraucht. Was soll dann bitte sein für den Lückentext 3? Was soll dann sein? Ein Integral über drei Veränderliche. Wie gesagt, die Mathematiker werden typischerweise da nur ein Integral schreiben. Ein Integral über drei Veränderliche. dx, dy, dz. Ich neige dazu, mir das mit einer Dichte vorzustellen. Wenn Sie ein Gebiet haben, dieses Gebiet muss jetzt im Dreidimensionalen liegen. Ein Klumpen, ein Luftballon, ein Gebiet im Dreidimensionalen. Eine Wolke, wenn wir das so erkennen, sieht das aus wie ein Gebiet im Dreidimensionalen. hoffentlich. Das soll M sein. Das Gebiet, über das ich integriere. Das muss ich irgendwie klar machen, dass das räumlich ist. Ne. Wie auch immer. Das gesamte Ding, diese Menge hier. Die Menge aller Punkte der Wolke oder des Steinklumpens oder alle Punkte im Tank. Die Menge aller dieser Punkte, das soll M sein. Ich integriere, wenn ich über drei Veränderliche integriere, über so ein Gebilde. Meine Vorstellung ist so etwas wie eine Gesamtmasse. Die Gesamtmasse so eines Klumpens ist das Integral über die Dichte. Wenn Sie dessen Dichte an jeder Stelle wissen, an jeder Stelle die Dichte wissen, Hier ist 10 Kilogramm pro Liter und da ist 8 Kilogramm pro Liter und da ist 1 Kilogramm pro Liter und so weiter. Pro Liter ist ein bisschen ungeschickt, aber das kann ich mir jetzt gut vorstellen, was 1 Liter ist. Sagen wir mal pro Kubikdezimeter, hört sich professionell an. Hier ist vielleicht 2 Kilogramm pro Kubikdezimeter als Dichte. Eine Funktion, die jedem Punkt im Raum die Dichte zuordnet. Wie dicht ist mein Material an dieser Stelle, an exakt dieser Stelle? Sie nehmen sich hier einen Kubikmillimeter oder besser einen Kubikmikrometer, schneiden Sie hier raus, legen den auf die Waage und bestimmen dessen Dichte. Das soll diese Funktion sein. Für jeden Punkt im Raum möchte ich die Dichte wissen. Eine Funktion von drei Veränderlichen. Meine Vorstellung vom Integral dreier Veränderlicher ist dann, okay, wenn ich das tue, kriege ich die Gesamtmasse raus, das Ganze. Ich summiere die Dichte auf für jeden Punkt im Raum. Das kann man sich mit so ein paar Kästchen vielleicht noch veranschaulichen. Stellen Sie sich vor, dieser Stein wäre in kleine Blöcke zerlegt. In Millionen, Milliarden, aber wie zieler, kleiner Blöcke wäre der vielleicht zerlegt. Wie so ein Kristallgitter. Stellen Sie sich den so zerlegt vor. Wie bestimmen Sie die Gesamtmasse? Sie summieren, das hätte jetzt ein Sigma sein sollen, Sie summieren alle Blöcke, Sie summieren die Masse aller Blöcke. Ich fahre das vielleicht mal gar nicht da unten hin, sondern hier. Sie summieren die Masse aller Blöcke. Was ist die Masse eines Blocks? Das ist die Dichte an der Stelle. Mal was? Wie kriege ich die Masse eines Blocks? Mal das Volumen, mal das Volumen. Wir können jetzt tatsächlich hier Delta V hinschreiben. Mal das Volumen. Aber was ist das Volumen eines Blocks? Das Volumen eines Blocks ist, wie lang er in X-Richtung ist, mal wie lang er in Y-Richtung ist, mal wie lang er in Z-Richtung ist. Das über alle Blöcke summiert, sollte die Gesamtmasse werden. Und ich hoffe, das sieht nicht ganz unähnlich aus. Das Integral wird zur Summe. Das Volumen eines Blocks, das Produkt der Kantenlängen, steht hier hinten, die X, die Y, die Z. Und hier steht die Funktion. Damit habe ich jetzt noch nicht gesagt, wie man es ausrechnet, sondern mir geht es erstmal darum zu sagen, was es denn sein soll. Und dann kann man sich überlegen, wie man es denn ausrechnet, wenn man weiß, was es sein soll. Andersrum ist das ein bisschen ungeschickt, wenn ich erst sage, wie ich es ausrechne und mir dann überlege, was es denn sein soll. Ich fange lieber erst mit der Bedeutung an. Also hier, das ist die ingenieurmäßige Vorstellung davon, wenn man das, und die physikermäßige Vorstellung davon, wenn man so ein Integral sieht, stellt man sich das vor, als summiere über alles auf, was wir hier in dieser Menge, dreidimensionalen Gebiet, im dreidimensionalen Gebiet M haben, summiere über alles auf, und zwar diese Funktion, mal dieses Volumen, Delta X, Delta Y, Delta Z, ein unendlich kleines Volumen, unendlich viele Sachen davon aufsummiert. Da stellen sich die Physiker und die Ingenieure darunter vor. Und dann sieht man, okay, das hier muss so etwas sein wie die Gesamtmasse. Und wenn Sie das hier machen, das sollte ich vielleicht an der Stelle auch nochmal zeigen, wenn Sie das hier machen, haben Sie ja hier die Grundfläche zerteilt, x und y, Delta X, Delta Y, was Sie hier aufsummieren, sind eigentlich kleine Säulen. Was ist das Volumen so einer Säule? Das ist die Grundfläche, Delta X, Delta Y, mal die Höhe, F, X, Y, und das aufsummiert. Also auch das könnte man sich jetzt so vorstellen, dass hier eigentlich ganz viele kleine Säulen nebeneinander gerichtet werden, wie die Salzstangen, wie die Salzstangen zu Silvester im Glas. Wie bestimmen Sie das Gesamtvolumen dieses Objekts, das von den Salzstangen gebildet wird? Sie summieren alle Salzstangen auf. Wie hoch ist die Salzstange jeweils? Die Hälfte ist abgebrochen. Was ist die Höhe der Salzstange mal, was ist die Querschnittsfläche der Salzstange? Das ist die Vorstellung dahinter. Und jetzt geht es noch elf Minuten darum, wie man es dann tatsächlich ausrechnen kann.